herzlich willkommen heute zu einem neuen video auf meinem kanal wir haben hier was wunderschönes von rice ccg bekommen und zwar sample 2 standard edition booster box beziehungsweise ein display 36 booster sind hier glaube ich drin so sieht das ganze aus wunder wunderschön ja es ist ein display was quasi auch eine holofoil hat hier sehen wir auch so eine textur drinnen noch ist es verschweißt dass wir da nicht mehr lange so sein wenn wir das mal rum hier auf der seite steht auch noch mal trading card game bei france war von rallye 2023 das quasi noch mal ein display was ein test sein soll deswegen auch sample 2 wir haben hier noch mal qualitätsüberprüfung die damit stattfinden und wenn noch kleine fehler irgendwo auftauchen bevor die sachen an für die für die kickstarter kampagne ja für die erfüllung der gibt kickstarter kampagne herausgeschickt werden an die druckerei wurde die noch mal ja gedruckt herausgeschickt und wir haben heute die ehre und dürfen das ganze uns mal angucken ich werde auf instagram post zu machen ich werde hier auf youtube post zu machen ich werde schwarz machen zu der ganzen geschichte und vielleicht könnt ihr auch was davon haben also bleibt auf jeden fall dran abonniert mich auf instagram youtube und so weiter und sofort falls ihr das nicht verpassen wollt ja dann würde ich sagen schauen wir doch einfach mal in diese box hier rein hier haben wir das display das ganze ist natürlich wie gehabt auf englisch also bei der englischen sprache nicht mächtig ist wie die karten da wird die karten nicht verstehen aber auch so sind sie was schönes zum angucken für sammler und für spieler hier sehen wir noch mal dieses wunderschöne display auch mit unterschiedlichen texturebenen also macht auf jeden fall gut was er fühlt sich auch fühlt sich auch echt gut an also kann man ist schön ist schön so wir machen das ding mal auf und schauen mal was uns da drin erwartet guckt euch das mal an der gucken und schon ein paar booster an ich würde sagen wir machen in diesem video hier mal so fünf stück auf gucken mal was wir so ziehen können hier haben wir die booster eine wunderschöne auswahl alle sehen gleich aus gucken muss man ein booster genauer an ja vorne haben wir wieder das artwork drauf ja reis trading card game sample zwei standard booster pack das kennen wir ja quasi schon von vergangenen openings hier drinne kann jetzt keine gold golden ticket oder so drinne sein das gibt es dann tatsächlich nur in dem richtigen ist etwas für kickstarter quasi ja was auf kickstarter verkauft wurde sag ich mal so wir haben jetzt hier zwei möglichkeiten ja wir können entweder das booster hier unten aufreißen hier ist dann so ein nippel zum aufreißen hier oben ist das gegenstück wir sehen können wir können es von hinten aufreißen wie so ein pokémon booster vermutlich mal oder wir können es halt mit der schere aufschneiden das erste mache ich jetzt mal mit der schere und dann probieren wir gleich mal die anderen mechanismen aus wünscht mir glück schreibt mir auf jeden fall dann gleich mal in die kommentare was euer lieblings pulver also welche karte euch davon am besten gefallen hat und wo wir die karten jetzt mal raus das sind ganz schöner batzen karten der sein die ein da entgegen kommt hier sehen wir auch direkt wieder dieses regenbogen voll auf dem rand dafür es kommt gut rüber das sind jetzt quasi die karten die vor dem eigentlichen offiziellen druck dann gedruckte wurden ja hier das booster ist von innen sogar auch mit einer folie versehen also glänzt auch von innen aber packen wir das mal zur seite und kümmern wir uns jetzt mal um die karten folie muss ich später holen wir haben jetzt gucken einfach mal durch was ich hier so drin haben ja wir haben jetzt hier ein paar kamen karten ja hier sehen wir auch immer noch das da quasi das alpha drin steht sample 2 ist hier unten vermerkt ja karte 291 von 308 hier wundert mich dass das das da noch 2022 steht weil auf dem display und auf dem booster stand glaube ich 20 23 20 22 bis 23 ok alles klar ich habe nichts gesagt hier haben wir auf jeden fall mal einen mushroom in common fühlt sich aber trotzdem auch finde kann man karte recht gut an ich glaube die könnten sogar wasser resistent sein die dinger sind echt es ist es fühlt sich nicht an als wäre das einfach irgendwie eine pappe es fühlt sich auf jeden fall sehr hochwertig an wenn wir auf jeden fall einen maschinen burger time karte 292 werden hier mit diesem booster soll ja auch die ratio getestet werden wie wir das ganze geschaffelt ist das zufällig oder nicht hier muss ich sagen 291 und davon gefolgt sofort mit der 292 wirkt jetzt erstmal nicht so random mäßig okay da haben wir eine 286 der rang 3 spellcaster auch eine coole karte die in holo mit sicherheit richtig geil aussieht mit diesen bunten farben da drin dann haben wir den kuchen den cake 293 clover field sehr sehr schöne karte die gefällt mir und hier sehen wir auch die seltenheit stufe ist definitiv etwas höher als die kamen das könnte dann sozusagen sogar schon der ria sein die sieht echt richtig schön aus wenn man herangeht ich hoffe der fokussiert dann noch sehen wir auf jeden fall dass die druckqualität auch echt gut ist könnte man ja theoretisch mal vergleichen mit den patreon karten oder so kompulsiv ich glaube die habe ich in holo irgendwo haben wir noch eine zweite spellcaster rang 2 auch bestimmt super super schön in mit folie mit folie form the key master ok sieht auch stark aus und überall sehen wir immer dieses reis logo da oben drauf noch mal ist es ist auch cool dass das immer wieder mal zwischendurch irgendwo auf den artworks zu sehen ist hier haben wir eine e-store durch den holo effekt an haben wir einmal so eine ganz glatte area und dann haben wir so kleine fältchen die in holo mit so mit zum sparkle irgendwie versehen sind und unten haben wir jetzt bei den holo karten auch immer das goldene den goldenen stempel karte 29 dann haben wir als nächstes devastation und als letzte karte glaube ich jetzt hier in dem booster maximum level ok wie gesagt karte 111 schreibt in die kommentare welches eure lieblingskarte am ende ist ja ich werde jetzt mal aufeinander stapeln also die holos und die ganzen anderen karten jeweils auf einen stapel genau wenn ihr informiert bleiben wollte ich auch gerne meine video beschreibung gibt es auch jetzt einen link zu einem weiteren deutschen rice ccg instagram kanal und ja ich krieg es irgendwie gerade nicht nicht so auf ich dachte ich bin ein bisschen ein bisschen stärker von der folie her als pokémon ist da also mit der schere war vielleicht dann doch der bessere clue ich versuche es mal von unten aufzureißen hier an dieser ecke ok das funktioniert aber das loch ist natürlich nicht groß genug um die karten daraus zu kriegen und kommt auch super super gerne auf den discord server wenn du kein discord account hast du das schnell angehen ist kein problem ist halt der super community man ist immer auf dem laufenden es macht einfach nur spaß ja ich glaube ich glaube das war keine gute idee machen wir das lieber weiter mit der schere bevor ich da jetzt die karten beschädige das wäre traurig also so gut aufreißen krieg ich irgendwie gerade noch nicht hin ich habe bei françois gesehen heute noch in dem live stream auf dem discord wie er die einfach aufgeliebt hat das hat gut funktioniert bei ihm bei mir eher nicht so so was haben wir hier cool die wanted karte die feiere ich mag ich sehr gerne lucky clover auch eine sehr schöne karte macht sich in holo safe auch richtig 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 gut dann haben wir paralysis cold ja also wir haben einige solche karten hier incantation wo halt so augen abgebildet sind mit verschiedensten effekten finde ich auch gut so dann clown army kommt uns glaube ich auch bekannt vor oder dann haben wir hier eine serenity okay ein parasit genau das ist das zweite auge quasi und door of destiny okay sieht auch ziemlich ziemlich böse aus als nächstes haben wir hier was irresistible accumulation cool guckt euch jetzt an wie viele und da drunter rice karten nice richtig cool glowing protection haben wir hier die sieht ein bisschen verrückt aus aber macht ja nichts auch ein bisschen verrücktheit darf man gerne mit ins spiel reinbringen es soll ja auch um spaß gehen bei der ganzen sache guckt euch diesen holo voll an und den holi ska als letzte karte in diesem booster hier ist ziemlich gelappt im nächsten booster haben wir hier einmal die bank dem bomben generator den bomben generator die karte hatten wir gerade schon einmal aber ich glaube allerdings in holo hier haben wir peanuts das sind doch nur peanuts ein lollipop sehr cool lecker lecker dann paranoia gefährliche sache dann usado und maso wir haben sado maso beide hintereinander in einem pack dann haben wir doch polymorph sieht sehr sehr böse aus das machen krasses artwork richtig 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 böse und da kommt glaube ich auch schon zu den holo karten die haben wir einmal stock das money 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 diese münzen gibt es übrigens auch zum spielen zu kaufen also richtige münzen kriege ich glaube ich auch ich meine ich hätte sie über kickstarter quasi mit dazu gepackt gespannt wie die sich in echt macht die die münze aber auch eine schöne karte definitiv dann haben wir holy grenade schön es geht in richtung gold wie schön das aussieht halleluja so sieht es aus und die letzte karte in diesem pack ist ok rang 1 schlimm schlimm dass die karten alle so gut aussehen soll ich da nur machen ok drei booster haben wir auf jeden fall noch wie sie denn darauf hätte solche booster dann auch erhebt ihr leere booster auf oder schmeißt die immer sofort weg oh mein gott oh mein gott hier sehe ich schon was richtig richtig schönes ich bin ein richtiger katzen fan und dementsprechend haben wir hier eine katze die mir super gut gefällt mit einem voll ball quasi hat ich hier auch nur if only all enemies could be balls und boob joach das stimmt da wird die katze wohl alles fertig machen mit jedem spielen jedem spielen flying skeleton hier dann noch mal rang 3 spellcaster kennen wir bereits ein wandelndes auge die open door ok da müssen wir uns noch mal angucken paranoia hatten wir auch gerade schon in dem pack sah du auch hat sie müssen mal nochmal so interessant interessant mein gott oh mein gott ja nice meine karte die man könnte schon fast sagen dass das meine lieblingskarte ist ich finde die so stark guckt euch das an wie die einfach aussieht hammer mit froh schön coole sache coole sache als kann man die will ich noch als hober haben das kriegen wir bestimmt noch in paralyses paralyses dann haben wir rank 3 da wieder vorhin gesagt die wird bestimmt richtig geil sie aussehen als vollversion hier haben wir sie und wie findet ihr es findet ihr das sieht geil aus sieht das gut aus oder sieht das nicht gut aus schreibt es in die kommentare und die letzte karte of void energy ich finde das cool dass man in jedem booster dann quasi auch drei holo karten drin hat auch so bekehrt ja ok in katzen ohne sind auch viele katzen mit drauf ist jetzt aber nicht mein favorit geil das ist cool ist zwar nur eine kamen wie es aussieht aber die finde ich richtig schön also es ist man könnte denken dass es eine alte karte und davon halt die rückseite ich glaube es gab meine zeit lang karten die hinten halt weiß waren aber ist es halt einfach nie eine eier for destiny skull of limbo weight of soul das sieht fahne aus amok dann seinet ring of sacrifice demenzia library master library master oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh ja geil schön ich weiß nicht wieso ich feiere diese karten so hart mithril diese karte als nächstes haben wir ein grimdance blast corporation ok böse böse aber noch keine ultra seltene karte haben wir gezogen das letzte booster jetzt für dieses video und dann sollte auch gut gewesen sein schreibt auf jeden fall wie gesagt in kommentare was ihr am nicesten findet was würdet ihr euch noch wünschen was soll ich mit den ganzen fustern machen habt ihr ideen gerne her damit haben wie gesagt auf instagram werde ich auf jeden fall auch noch was öffnen gar keine frage und kommt ja mal wieder eine weiße karte bei naja letztes booster auf jeden fall gucken wir uns die letzten karten an die wir hier noch drin haben werden ja rank 4 morpher tormented soul böse müssen aufpassen gibt es übrigens auch eine karte glaube ich noch drin eine von den karten wurde auf jeden fall an judith also zensiert kept the skeleton kien dann op of pain die schmerzen bei diesem gesicht der pit dann ash clover geil jetzt haben wir schon drei das clover field lucky clover und ash clover innerhalb von sechs boostern ihr target action results in a critical fail ach ja das ist doch gut so gut der target action also dass dieses gegners aktion endet in einem kritischen fehler quasi cool so jetzt gleich kommen wir auch schon was ist das denn das sieht ja fast so aus als wäre das französisch der name ist auf jeden fall auch uns haben wir noch mit 10 hp und die letzte Karte. Was wird die letzte Karte sein? Deny. Oh, auch super schön. Ich würde sagen, wir hatten eine gute, gute Beute auf jeden Fall. Wir haben sechs Packs geöffnet. Ich suche jetzt mal nochmal schnell meine Favorites raus. Ganz klare Sache. Flying Mysticry. Flying Mysticry. Eye of Destiny. Dann Mithril. Ganz starke Karte in meinen Augen. Ether. Deny. Und dann vielleicht noch Lazarus. Ist auch noch eine coole. Aber das soll es gewesen sein. Das sind meine Favorites. Ich hoffe, das Opening. Auch wenn ich gegen die Kamera geschlagen habe. Hat euch gefallen. Wir können uns hier jetzt nochmal den Rainbow Effekte reinziehen. Guckt euch das an, wie die Ränder quasi glänzen wollen. In verschiedenen Farben hier. Ja, da sieht man es doch richtig gut gerade. Hier auch. Hammermäßig. Hammermäßig. Ja, so ein Batzen Garten aus sechs Boostern. Wir haben noch einiges hier drin. In diesem Display. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Einen Daumen würde mich super freuen. Teilt das Video mit euren Freunden. Damit die das Kartenspiel auch mal sehen, kennenlernen. Zumindest mal optisch kennenlernen. Ich habe jetzt keine Spielregeln erklärt oder ähnliches. Würde mich super freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Euer Andi von Collect & Trade. Liebe Grüße gehen raus an François und sein Team. Und alle Community-Mitglieder, die sich jetzt angesprochen fühlen. Bis zum nächsten Mal. Und tschau. Outro 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.